Hey! Och Alex! Oder warst du das nicht? Hä? Was geht hier los? Was geht hier? Ich denke, hast du jetzt auf mich geschossen, Alex, oder nicht? Ah! Kavira! Nee! Wieso sollte ich? Keine Ahnung. Ich krieg langsam Paranoia. Das war zum Nachladen. Sieht cooler aus. Ich glaub unten, unten ist er. Ohlalala. Nee, nicht dran. Die APO Red Edition. Ich krieg dich den letzten! Nein! Ähm... Nein! Fuck! Nein! Es war so dumm! Es war so dumm! Es war so dumm! Es war zu greedy! Wäre das ein Ace geworden? Jaaa! So! E.J. Thatcher! Ah nein! Nein, er meint ja nicht Thatcher, er meint Sa... Ach, Fahau! Ja, das ist ne andere Opfer weiter anscheinend. Achso. Verdammt. Bei dem hat auch jeder Hexe oder was? Aufpassen, Acht auf den Typ was der sagt, ne Glass? Keinen Stress machen. Alles klar! Nein! Ich hab grad auf die Leiche von Kapkan geschossen. Weil ich dachte, das war Glass. Ach du Scheiße! Das war schwierig! Ich dachte so... Ähm... Da liegt der... Bob... Ups... Warum stirbt der nicht? Fuck! Der hat mich fast noch gemessert, ne? Also... Schuh! Au... Das muss doch nicht sein... Ich hab' einen Schaden bekommen... Schicht drunter! Wann ab? Das muss doch nicht sein... Was muss doch nicht sein? Ich hab' einen Schaden bekommen... Ich hab' einen Schaden bekommen... Schicht drunter! Oh! Ich bin noch im Nebenraum! An... Aber wie bekle ich das? Wuss... Au! Kann sie grad nicht markieren! Und Omnitrom hinter dir war sie eigentlich! Sie ist sie draußen, ok oder? Draußen? Ja, sie ist draußen. Ich markier sie! Markiert! Markiert! Ich hab mich mal richtig gezogen, ich hab einfach auf die Markierung so halbwegs gesprayt, wie da bist du... Hallo? Alex? Ja? Hallo? Hallo? Hä? Halt die Klappe! Meine Güte, wir müssen jetzt auch nicht übertreiben. Herr Clemens? Alex? Ja? Hallo? Hallo? Ist der auch zwei? Wir haben ein Spiel! Dach, die sind auf dem Dach! Joll. Da? Hallo? 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 Haltet die Fresse! Mein Hallo hat eigentlich ein bisschen gegolten. Das ist trotzdem nerfend. Du hast sie auf dem Dach geholt. Kannst dich da oben auch hinlegen, Michi? Geht das? Ach lol, da war noch einer. Hallo? Hallo? Mach dir die Föhn, Föhn, Föhn! Hör mal auf mit der Scheiße. Nein! Fuck! Hallo? Fuck! Hallo? Mann, kann ich nicht eher auf den Krass mal auf sein? Oh! Ah, hier war! Mann! Ah, da war's! Mann! 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 Holla die Waldfee! Aber nicht greedy werden! Immer noch schön passiv stehen! Fuck! Wegbeard! Wegbeard! In die andere Ecke gedrängt! Sehr schön! Da kann man mal klatschen! Ich hätte dir fast noch in die Füße geschossen! Warum? Ah, das war ja unsere... Fail! Okay, schieß einfach unsere Drohnen! Ne, ist kein Billard! Ah ne, stimmt! Das ist der Schlafzimmer da oben da! Ja, ich hab mich vertan! Er fährt fette aus! Genau! Ich hab mich ein bisschen vertan! Genau! Oh! Cavera! Markiert! Danke! Reloading! Bitte! Schau mal! Niemand drin! Stell ich mal bitte in die Tür! Noch eine Gas! Noch eine! Kann im Moment nicht in die Tür! Eine dritte wird er noch haben! Ja ne, ist gut! Chris, lass mir auch vorbei werden! Ich weiß halt nicht, ob jemand uns von hinten deckt! Ja gut! Von hinten kann er jetzt schlecht noch! Ja! Ich warte bis er noch... Warte, warte! Bleib doch mal stehen! Ja! Der kann drittes Mod zünden gleich noch! Stell ich mal bitte! Ihr habt wieder gestoppt! Bleib stehen! Bleib stehen! Die sind so schlecht! Also okay, vier Kills und einen Jackal Assist! Das ist ja schon mal gut! Aber die sind nicht wirklich gut! Lol, man! Auf der Treppe war einer! Der nächste Dropper geht auf! Alles hat mir klappt! Hauptbuffer! Ja! Hättest du dich verhauen können! Ja! Aber ich weiß nicht, wie viele Leute da sind! Ich höre nie, wenn es nicht weiß, wie viele Leute in der Nähe sind! Hier ist doch die Decke gekommen drin! Besser muss runter springen! Der ist im Raum! Der letzte ist im Raum! Wait for Omni! Wait for him! Ja, ja, no! Asche! Hä, wie oft hast du denn draufgeballert?! Ich weiß nicht! Zu oft! Lol! Ja! Der war doch in dem Moment! Weil wenn du jemanden downschießt, dann bleibt der für eine halbe Sekunde so unverwundbar! Ja! Und ja! Der hat's halt ordentlich durchlechert! Ich sterbe! Alex, krabbel weg! Weiter weg! Oh mein Gott! Nein! Alter, wo? Nichts! Der wird blöd verarschen! FACE BITCHES!! BAM 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 BABBABB Untertitelung des ZDF, 2020